Heute zeige ich euch, wie ihr den Geschmack des Rosmarins in das Rapsöl reinbringt. Als Erstes erwärmt ihr das Rapsöl hier in die Pfanne und es auf 80 Grad erwärmt. Dazu nehmt ihr am besten einen Thermometer und wisst ihr, wenn es 80 Grad hat. Sonst erwärmt ihr es nach Gefühlen und wenn es warm ist, nicht wenn es kocht, wenn es warm ist, dann könnt ihr eigentlich starten. Jetzt legt ihr den Rosmarin in ein Glas hinein. Ich habe in diesem Rezept 100 Gramm Rosmarin genommen, das hat das Volumen. Das tun wir hier in das Glas, da muss man fein ein wenig stopfen, damit das überhaupt reinpasst. Sobald das Öl die richtige Temperatur hat, gissen wir das nur noch hier rein und lasst es nachher 1 Stunde bei 80 Grad schön ziehen lassen, damit der Geschmack schön ins Fett rübergeht. Das nennt man Infundieren von Fett. So konnten wir die ganzen ätherischen Öle nachher den Geschmack für den Winter konservieren. Jetzt nehmt ihr eine schöne Flasche und dann könnt ihr euch ein aromatisches und schön grünes Rosmarinöl einfach ins Flaschli abfüllen und das hält euch nachher ungekühlt locker ein Jahr im Küchenschränkli und ihr habt euren Garten halb abgemacht. Mälen! 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 Gäste! Vielen Dank.